Oh, lecker. Danke. Und? Ja, komm. Endlich mal vernünftiges Essen. Schau doch mal. Ja, sag mal, wie muss ich das denn jetzt essen, Frank? Eigentlich musst du das... Soll ich dir das zeigen, wie man das macht? Ja, gerne. Schau mal her. So. Ja. Ja. So isst man Currywurst. Okay. Topfgehr, eure Zeit läuft ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu den Topfgeldjägern. Das hat ja 1a geklappt, muss ich sagen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sie sind im Zentrum der Freude. Mein Name, Steffen Henssler. Nicht Stefan Häusler. Oder Henssler, die Pöllner. Steffen Henssler. Und den Bauern, den Sie gerade gesehen haben, der Sie Currywurst samt Packung reingewirkt hat, das ist Frank Rosin, der Juror. Der kommt zum Glück erst später. Also, machen Sie keine Sorgen. Es geht los mit unserem Warenkorb, der wahrlich schön bestückt ist. Und zwar mit Spaghettini. Dann, Tine Wittler nennt es Fleisch am Stiel. Wir nennen es Schweinekotelett. Ja. Dann haben wir eine leckere Steckrübe. Toll zu dieser Jahreszeit. Dann direkt vom Sofa geklaut. Die Erdnüsse. Und lecker, geräucherter Heilbutt. Bisschen lauwarm. Dazu, nicht gerade mein Liebling, aber lecker der Rosenkohl. Als Frucht heute eine feine, formschöne Birne. Dann haben wir ein wenig Zartbitterschokolade. Und dann dazu feines Teegebäck. Dann gibt es noch Orangenmarmelade. Roter Portwein. Und die Zutat des Tages ist... Schwindelbrot. Oh! Schwindelbrot. Na ja. Schön knackig. Und hier kommen die Top 3 Informationen zur Zutat des Tages. Auf Platz 3. Der Teig wird traditionsgemäß so oft in die Luft geworfen und dabei gedreht, beziehungsweise auf ein rundes Brett gesetzt, dass sich mit schnellen Bewegungen im Kreis gedreht wird, bis er ganz dünn und fein ist. Also fast wie so ein Pizzateig. Auf Platz 2. Schwindelbrot ist bei trockener und kühler Lagerung bis zu 6 Monate haltbar, obwohl es keinerlei Konservierungsstoffe beinhaltet. Und auf Platz 1, hören Sie genau zu, es enthält nur rund 1,5% Eigenfettgehalt. Oh, die Zutat des Tages. Und... Information 4. Es klebt tierisch in den Zähnen, muss ich sagen. Da muss ich das mal rausspülen. Vielleicht sollte ich auch mal wieder eine Blombe ins Loch machen. Auch eine Möglichkeit. Aber kommen wir zu unseren Schnitzelstirn. Heute schon für 4.000 Euro. Meine Herren, das ist los. Alles fresh bei euch. Das ist ein neuer Ausdruck, den ich gehört habe. Alles fresh. Ja, fresh. Und wie geht es dir? Alles fresh bei mir. Aus Mümmelmannsberg oder was? Oh! Also das ist ein heißen. Hast du was gegen die Gegend? Nein, Logo nicht. Nein, für alle, die nicht aus Hamburg kommen, das ist einfach mal eine Gegend, die gemeinhin eher, soll man, wie soll man sagen? Einen Hauch. Einen Hauch Assi hat. Kann man sagen. Kann man sagen. Aber eigentlich nicht. Darf man aber nicht. Ist ein aufstrebender Stadtteil. Ja. Das Assi wird nur noch mit einem S geschrieben. Das geht nach oben. Weil es A-Klasse. Nein, schön. Ist ja schön da. Aber meine Herren, ihr seid frisch und fröhlich. Jo, alles gut. Wie habt ihr denn die Nacht überstanden? Ja, ich meine, normales Feuer, würde ich mal sagen. Normales Feuer, seid gut drauf. Was gibt's denn leckeres heute? Vorweg gibt's schöne Spaghetti mit Steckrübenpüree, so ein bisschen durchgezogen quasi. Wow. Spaghetti mit Steckrübenpüree? Also ins Speckrübenpüree durchgezogen quasi. Das macht der Martin. Immer warm gezogen. Heißt das, dass das wirklich ein Püree kostet oder eine dickere Steckrübensuppe? So eine dickere Steckrübensuppe, so dass ich sie dann praktisch, die Spaghetti sind jetzt schon durch. Dass ich sie einfach nur noch mal warm ziehe, dann eine schöne leichte Aioli ringsrum, den Heilbutt machen wir ein bisschen lauwarm an in Brühe und dann legen wir es so ein bisschen dazu. Sollte ganz geil sein. Wow. Lass mich mal ran. Meine Herren, das hört sich gut an. Hauptgang? Hauptgang, ja, das Schweinekotelett. Einmal kurz links, rechts, zwei Minuten, bis wir mit Butter und Kräuter aufschäumen. Ja. Ich bin gleich wieder bei dir. Ja, ja, voll entspannt. Dann Rosenkohlblätter, die ziehen wir einmal auch durch Butter und wir hoffen natürlich, dass wir Speck kriegen. Ah, ein Quiz, ne? Weißt du selber, Speck und Rosenkohl, das passt gut zusammen. Das passt wie die Faust, genau. Eine schöne Rotweinsauce, die kocht gerade. Habe ich gerade den Knochen rein und lasse das einmal runter reduzieren. Ach, du hast die Knochen vom Kotelett drauf? Ich habe einmal den Knochen weggenommen. Ja. Ich habe den einmal scharf richtig angebraten mit der Zwiebel, ein bisschen Knoblauch. Lass es jetzt runter reduzieren. Mit vornem aufkochen und nachher, was haben wir hier noch, den Portwein. Oh, hier sind Könner am Werk. Hier sind Könner am Werk. Und Knochen machen wir aus dem Schüttelbrot. Alles klar. Ah. Aus dem Schüttelbrot mache ich die Knödel. Mach ich genau. Das Weichgrad muss jetzt zehn Minuten einweichen. Alles klar. Irgendwie zwei Minuten noch und dann Alufolie, einmal im Dampf mit dem Ei. Sauber. Julian, als Dessertkönig, was gibt es heute? Heute gibt es einen schönen Schokokuchen. Mit schön flüssiger Füllung noch ein bisschen. Mit flüssigem Kern? Ja, genau. Da stehen die Frauen drauf auf jeden Fall. Da stehen die Frauen drauf? Auf flüssigem Kern. Ja, siehst du ja auf jeden Fall. Auf Papier. Genau, dazu gibt es dann eine pochierte Birne noch und ein bisschen Puderzucker und so machen wir noch alles. Lecker mit flüssigem Kern. Das hört sich gut an. Sie merken, die Männer wollen es wissen. Sie sind heiß. Und kommen wir jetzt zu unserem neuen Frauenteam. Sie nennen sich Doppel-B. Hier sind Bärbel und Bärbel für 1000 Euro. Meine Damen, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Doppel-B oder Doppel-D? Ich frage mich noch mal nach. Kann man gehen, wie man es will. Wahlweise. Ja, kleiner, mieser Scherz am Rande. Wer hat sich denn beworben von euch? Na, ich. Ach du? Ja. Okay, und mussten Sie sich sehr mitschnacken, ohne dass Sie freiwillig mitgekommen? Ja, das war doch ein bisschen Arbeit, so ungefähr von einem halben Jahr, dass wir jetzt hier stehen. Ein halbes Jahr? Ja. Wie hat Sie das hingekriegt, dass Sie doch mitgekommen bist? Ja, ich mache das eigentlich nur ihr zuliebe. Wir sind 47 Jahre schon befreundet. Oh, so lange? Ja. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Cool. Schön. Und wir haben schon die einigen Höhen oder Tiefen durchlebt. Alles klar. Ja, und dadurch bin ich heute hier. Sonst wäre ich nicht da. Aber du, die ersten 10 Minuten ist okay, oder was sagst du? Na, so langsam fahre ich runter. Aber nicht einschlafen, ne? Nein, 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 nein. Aber schon was passieren. Was kocht ihr denn beides? Wir machen Steckrüben-Rösti mit an Heilbutt mit einer Dill-Vinaigrette. Wow. Schön. Voll. Vor allem, ganz kurz, für Sie zu Hause. Sehen Sie mal, die Männer machen Spaghetti mit einer Steckrüben-Soße. Hier in Steckrüben-Rösti. Beide nutzen den Dill. Das wird spannend. Okay, Hauptgang? Und Hauptgang wird das Kotelett. Es ummantelt in Ei mit Schüttelbrot. Und dazu gibt das Rosenkohl. Das ist aber auch ein schöner, für paniert, ein schöner Satz. Es ist ummantelt mit Schüttelbrot. Es ist ummantelt mit Schüttelbrot. Ich will jetzt fragen, wo ist denn jetzt hier Wasser? Wo Wasser ist? Ja, was kocht? Dann machen wir es mal an, ne? Dann wird es auch kochen. So, auf 12, zack. Ist noch nicht kochend, nicht? Nee, kocht nicht. Salz auch rein zum Blanchieren, richtig? Ja, genau. Genau. Also, Hauptgang war der Schnitzel zusammen mit Rosenkohl. Genau. Und was haben wir noch? Schüttelbrotkruste. Ja, eine einreduzierte Soße, wenn die funktioniert. Welche Basis? Rotwein. Rotwein mit Form. Krass. Und als Dessert machen wir einen Schoko-Orangen-Muffin mit Birnen, die gekocht sind, und Rotwein mit Portwein. Oh, jetzt können wir schon mal gucken. Hier ist der Muffin schon im Ofen. Das sieht gut aus. Schön, schön, schön. Das wird ein heißes Männer-Frauen-Duell heute. Das merkt man klar. Dann schauen wir mal, was es geschmeidiges in der ersten Quizrunde gibt. Es gibt für die Frauen Dill zu gewinnen und für die Männer feinsten Thymian. Hier ist sie, unsere erste Quizfrage. Was versteht man im Koch-Jargon unter Stauben? 10 Sekunden hat jetzt. Meine Herren, wie sieht's aus? Wir würden B sagen. B. Ja. Flüssigkeiten andicken. Warum? Ähm. Gute Frage. Keine Ahnung. Reduzieren ist reduzieren. Ja. Und Stauben? Weiß ich nicht. Weil du ein bisschen Mehl nimmst und das irgendwie so ein bisschen bestäubst und dann, weißt du? Doppel B? Ja. Warum denn A? Naja, wegen Staub. Ach, wegen Staub? Du dachtest, dass es so einfach hier gemacht wird? Hätte aus sein können. Ich würde es sogar bestäuben. Okay. Richtig ist B. Flüssigkeiten andenken wie Männer. Sehr viel, Jan. Danke dir. Gerne. 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 Kurz nochmal zur Erklärung. Die Kochmethode Stauben wird benutzt, um Flüssigkeiten anzudicken. Nach dem Verdunsten der Flüssigkeit wird Mehl, wie er richtig erklärt hat, mit Hilfe von Bestreuern oder Bestäuben hinzugegeben und dadurch bindet dann das Ganze. Sehr gut. Meine Damen, diese Seite nicht auf... Ah. Kommen wir jetzt schon zu Hensslas schnellen Nummer, weil es eine Suppe gibt heute. In dieser kalten Zeit. Ja, es ist ja Winter. Es ist eiskalt draußen. Der Schnee liegt Meter hoch. Da muss man sich eine schöne Suppe gönnen. Und zwar machen wir eine Steckrübensuppe mit Birne und geräuchertem Heilbutt. So, los geht's. Der Topf wird aufgesetzt. Und dann geht's auch wieder los. Wie Sie es nicht anders kennen. Zuerst unsere Freund Zwiebel. Wenn Sie eine Suppe kochen, ist es eigentlich relativ egal, wie Sie die Zwiebel schneiden. Weil das Ganze wird nachher eh püriert und gemixt. Da brauchen Sie auf große Schnittkunst nicht zu achten. Jetzt hier ein Schuss Öl in den Topf. Dann die Zwiebel gleich hinterher. Ein kleines bisschen Knoblauch. So. Auch mit dazu geben. Dann gehen wir hier direkt an die Steckrübe. Auch die Kartoffel des Winters genannt. Die jetzt schälen. Ruhig etwas großzügiger. Nebenbei immer ein Auge haben. Dass das Ganze nicht verbrennt. Dann aber wichtig ist, dass man die Steckrübe in relativ gleichmäßige Stücke schneidet. Weil man will ja, dass alles gleichzeitig gar wird, wenn man die Suppe mixt. Ich glaube, ab heute fange ich mal an, sauber zu kochen. Ich werde meinen Arbeitsplatz sauber halten. So. Mal schön sauber machen zwischendurch. Ja. Freuen sich auch die Hausfrauen zu Hause. Weil ich kriege immer Post, wo die Hausfrauen sagen, mein Mann dreht das Brett immer einfach nur noch um und denkt, dann ist es sauber. Deswegen. So. Dann haben wir jetzt hier unsere Steckrübe. Die jetzt in grobe Würfel schneiden. Und das Ganze schwitzen wir dann mit den Zwiebeln an. Komm her. Jetzt dazugeben. Dann gleich von vornherein eine kleine Prise Zucker. Das tut das ganz, ganz leicht karamellisiert. Und ich habe ja gesagt, dass wir eine Steckrüben-Birnensuppe machen. Und die Birne geben wir am ersten Schluss dazu. Wenn man es jetzt sofort dazugeben würde, würde die so auskochen, dass man von der Frische, die die Birne hat, nichts mehr spüren würde. Deswegen, wenn man mit Früchten kocht und eine Suppe macht, immer zum Schluss dazugeben. Dann behält das Ganze auch richtig noch die Kraft und die Frische. Das schwitzt hier an. So. Das schaut gut aus. Dann das Ganze ablöschen mit einem Hauch Portwein. Mh. Mh. Ja. Einfach ein wenig köcheln. Und dann geht es nachher weiter. Das war Teil 1 von Hensslers schnellen, sauberen Nummer. Ja, Gars. Wie sieht es aus? Hast du den Weißwein da drüben? Den Weißwein? Oh. Hast du den? Ja, da ist er. Alles klar. Oh, das ist aber mal ungewöhnlich. Was machst du hier? Ich mache jetzt so ein Wasserbett einfach. Hab ein bisschen, okay, Fong habe ich schon verdattelt. Also eigentlich im Fong. Ja. Und jetzt geht er bei 70 Grad in den Ofen, dass er einfach nur warm zieht. Ja. Und dann passt er halt auch zum warmen Essen. Und warum hast du dir die Flüssigkeit dazugegeben? Ja, denn dann geht so ein bisschen das kräftige, rauchige raus. Und wird so ein bisschen, als wenn du ihn gekocht hast. Ja. Weißt du? Und dann ist er das nicht ganz so penetrant. Und dann kann man ihn gut so Pasta essen und denkt gar nicht, dass es ein Rauchfisch ist, oder Räucherfisch. Meile. Ja. Was macht denn unser Schokoladenkuchen? Der ist schon drin. Der muss noch so, denke ich, neun Minuten oder so. Braucht er schon noch auf jeden Fall. Aber wir haben noch 25, das weißt du, ne? Ja, ja. Ja, der kann ja noch ein bisschen, damit Frank sich die Lippe nicht verbrennt. Au, ihr denkt gleich mit. Kann ich mal reingucken, oder schlecht? Ja, ne. Ja. Siehst du so nicht genug? Ja, guck kurz rein ruhig. Ja, nur mal schauen. Nur mal kurz schauen. Das, das, das. Oh ja. Das sieht gut aus. Gebunden hat er schon mal. Du musst halt aufpassen, dass er nicht fällig ist. Voll durchzieht. Ist sie fertig? Und dann trocken wird, weißt du? Trzig. Aber sag mir mal für die Zuschauer zu Hause, wie macht man einen Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern? Ähm. Ja, du machst den ganz normalen Teig, sag ich mal. Und dann Eier und Zucker aufschäumen. Dann Schoki und Butter auf dem Wasserbad verlassen. Dann alles schön aufmischen, so ein bisschen umrühren mit Mehl, damit das ein bisschen Stärke kriegt. Und dann haust du es rein und guckst, bis er hochkommt. Und lässt das nicht so lange ziehen, damit der Kern noch so flüssig ist. Haben Sie es verstanden? Haben Sie es verstanden? Gut. Das einzige, was bei mir hängen geblieben ist, guckt, dass er schön hochkommt und mit dem flüssigen bleibt. Das ist bei mir hängen geblieben. Sehr schön. Reicht ja. Also, du hast alles zusammen heiß gemacht, mit Mehl ein bisschen abgebunden. Genau, richtig. Aber die Problematik ist, dass es ja sein kann, dass er ein bisschen durchzieht, ne? Ähm. Wenn er jetzt zu heiß wird, ne? Ja, aber eigentlich, wir haben es immer zu Hause gemacht, das passt. Also, wenn man ihn dann echt nach 15 Minuten raus nimmt, dann soll das eigentlich laufen. Okay, okay. Männer, ich merke schon, ihr seid voll heiß. Ja. Wir haben noch 24 Minuten. Gut. Doppel B, wie läuft's? Ja, gut. Jetzt vielleicht zweite Frage, weil... Quiz! Dann komm ich danach wieder. Sehr gut. Gerne. Jetzt weiß sie auch warum. Die Frauen wollen noch mal Dill haben. Die Männer als Ersatz vielleicht doch mal ein bisschen Thymian. Warum nicht? Hier ist Quizfrage Nr. 2. Grünkohl enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Zusätzlich enthält es aber auch Lutein. Wovor kann es schützen? A. Haarausfall. B. Knochenbrüchen. C. Sehverlust im Alter. Oder D. Vergesslichkeit. Zehn Sekunden an jetzt. Rechtzeitig drücken. Ich meine, ihr habt ja schon Thymian, ne? Alles cool. Also, ist egal. Falls ihr am Freitag nochmal wiederkommen wollt, habt ihr ja schon mal was für die Tasche. Was habt ihr denn gedrückt? D haben wir gedrückt. Vergesslichkeit. Vergeslichkeit. Geraten, oder? Ne, haben wir vergessen, deswegen. Ho, ho, ho! Da war er! Da war er! Ja! Not bad! Ja, Mann! So will ich die sehen. Schönes Ding. Reingemacht. Versenkt. Doppel B. Was habt ihr gedrückt? Ja, in dem Fall passenderweise B, weil Mineralien in unserem Alter kann ich schaden. Dachte ich. Nehmen wir B. Ach du meinst, weil die älteren Leute gerne Grünkohl essen, weil sie hoffen, der Knochen bleibt ganz. Ja. Richtig ist C. Sehverlust im Alter. Na, da haben wir es ja wieder. Prima. Ja, es ist so. Lutein gehört zu der Gruppe der Karotinoide. Sie befinden sich in hohen Konzentrationen in unserer Netzhaut. Sie haben antioxidative Eigenschaften und schützen unsere Augen vor freien Radikalen. Lutein kann vom menschlichen Körper nicht selber gebildet werden. Deshalb müssen wir es über unsere Nahrung aufnehmen. Und in Grünkohl ist sehr, sehr viel vorhanden. Oh, aber schade, ne? Oh, Mann. Mann. Hm? Ja. Und jetzt, du wolltest ja unbedingt die zweite Quizfrage haben, ne? Ja, nun. Aber ich mein, deshalb sind wir ja hier, weil wir hier was lernen. Ja, das stimmt. Wie mach ich eine Dill-Vinaigrette ohne Dill? Hm? Da bin ich auch mal gespannt. Oder habt ihr noch mal Dill im Quiz? Nein. Ne. Nein. Ne. Okay. Das ist schade. Lass mal überlegen. Frank Rosin ist ja bekanntlich nicht der Hellste. Vielleicht können wir ihm auch so einen Zweig neben den Teller legen. Vielleicht können wir auch ein wenig Rosenkohl ganz dünn schneiden. Und der denkt, das ist Dill. Nein. Wir wollen ihn ja nicht verärgern. Dann kochen sollte man nicht mogeln. Sollte man nicht mogeln? Nein. Nein, nein. Das ist nicht fair. Fair? Apropos fair. Übrigens, demnächst gibt es das Duell Teil 2. Die Revanche für Frank. Nur dass ich schon mal das im Kopf habe. 350. Sendung. Oh, hier haben wir die Birne. Aha. Ausgehöhlt von innen. So. Ha. Und es wird doch langsam heiß. Ja. Ein bisschen abkühlen. So. Kommt da eine Füllung rein oder? Nein. Einfach so? Die wurde dann ausgeschnitten und das Rote ist nicht ganz durch. Die ist dann innen drin noch ein bisschen weiß. Soll ich das schon mal so schreiben? Optisch sieht das dann sehr gut aus. Habt ihr das schon mal gemacht oder was? Ja. Ich selber habe das schon mal gemacht. Bei Gästen habe ich das gefunden in einer Zeitung und fand das toll die Idee und habe es ausprobiert. Schön. Ja. Habt ihr denn schon mal zusammengekocht? Ich meine in 47 Jahren. Ab und an schon, ja. Haben wir. Ja? Ja. Aber meistens überlässt sie mir immer den Punkt. Das ergibt sich hier und da. Ergibt sich hier und da. Hat es dann immer geschmeckt? Oh ja. Naja. Naja, weil Susi kocht ja nicht. Also man ist ja selber immer. Ach, Spitz aber Susi. Warum? Weil wir beide Bärbel heißen und ich hatte einen Nachnamen mit S, sie einen mit B und dadurch wurde Bolle und Susi. Damit konnten wir uns auseinanderhalten. Bolle und Susi einfach. Das ist doch nett. Was machst du denn beruflich meine Damen? Ich bin schon in der entspannten Phase. Ich bin so ein bisschen zu Hause. Ah, okay. Und Susi? Es ist heiß, heiß. Was machst du beruflich Susi? Ich bin Verkaufsberaterin in einer Boutique auf Sylt. In der Boutique auf Sylt? Ja. Und arbeite dort saisonmäßig. Meistens mal so von April, März, April bis Ende Oktober. Und dann geht's nach Hause nach Berlin. Und ja, wenn die Zeit ist zum Entspannen, aber meistens nicht. Und wo in Berlin? Äh, in Mitte. In Mitte, alles klar. In Mitte. Aber auf Sylt? Ja. Bei den feinen Herrschaften. Es sind nicht alles nur feine Herrschaften. Nein. Es gibt auch andere. Es sind auch welche aus Mübelmannsberg da. Nein, ich glaube, das verkennen auch immer viele, dass man immer nur sagt, es ist die gute Tüsten nach, es kommen auch ganz normale Türen. Im Sommer siehst du ja die Edelkarossen auf den Autos. Nein, man sieht auch andere. Aber ist so. Okay. Ist das denn eine gehobene Boutique? Oder ein bisschen so, wo man sagt. Nein, gehoben. Gehoben. Preisniveau? Na, für ein Kaschnerpullover 400 Euro. Och, sauber! Jetzt sagen sie zu Hause, das kann ich nicht leisten. Hier, bewerben. Da können sie zehn davon leisten. Nein, es gibt auch Sachen, die sind bezahlbar, aber das ist ja so eine hohe Kategorie. Bist du denn auch modisch interessiert? Ja. Okay, was sagst du zu Frank Rosin, wenn er immer seine Karottenhose grün hat, dazu lila Hemd, rote Turnschuhe? Ich finde, der kleidet sich ganz toll. Kommen wir zur Steckrübensuppe. Ja, Frank kleidet sich ganz toll. Ja, so. Mal muss schauen, ob die Suppe gar geworden ist. Einfach ein Stück herauspicken, dann zeige ich ihm, man kommt zwar mit der Gabel schon durch, so, aber für eine Suppe muss es noch etwas weicher werden. Denkst du mir das Ganze noch ein bisschen kochen lassen und wir kommen zu geschmeidig, zur dritten Quizfrage. So, die Frauen wollen keinen Dill mehr, jetzt wollen sie Muskat. Und die Männer hätten gerne Speck. Mh, zum Rosenkohl. Schauen wir mal, hier ist Quizfrage Nr. 3. Und zwar, wie wird das beste Stück von der Rinderkeule auch genannt? Mh, A, Amaryllis, B, Rose, C, Tulpe oder D, Orchidee. Zehn Sekunden ab jetzt. Hm. Schwierig. 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 Stopp, ne? 16 Minuten. Männer, was habt ihr gedrückt? Eigentlich hab ich die Nuss gesucht, aber es war dann bestimmt die Rose. Die Rose. Die Rose. Beste Stück halt, ne? Hallo? Achso, nicht ihn. Der Bokassar, ne? Nein, 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 nein. Halt mal den Ball klack mal besser. Hallo. Halt mal den Ball klack. Alles gut. Oh, nur B sagen die Männer. Meine Damen, was habt ihr jetzt gedrückt? Äh, äh, Rose. 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 Rose, Rosin. Ach, du meinst auch das beste Stück. Selbstverständlich. Na gut, schauen wir nach. Es ist tatsächlich B Rose. Beide. Buskatnuss. Ja. Guck mal. Machst du auf die andere Seite, dann verstehen wir dich auch wieder. Wofür ist die Buskatnuss? Äh, ich glaub den Rosencool. Du glaubst um Rosenkohle. Ja, genau. Okay, dann wollen wir gucken. Ich erklär noch mal schnell. Gib den Männern aber schnell den Speck für den Rosenkohle. Danke dir, danke dir. Und zwar, wir erklären auch. Die Hüfte ist ein... Ich sag Ihnen eins, Alkohol am Morgen lieber nicht. Glauben Sie es mir. Die... Die Hüfte ist ein Teilstück der Keule vom Rind. Auf der Rinderhüfte liegt der Hüftdeckel auf. Der Hüftdeckel trägt wegen seiner charakteristischen flach zulaufenden Spitze unter anderem den Namen Tafelspitz. Das auch die Bezeichnung Rosenspitz, Rose oder Schwanzstück besitzt. Daher der Ausdruck Rose. Also wenn Sie das nächste Mal in ein Restaurant sind... Moment! Moment! Wenn Sie das nächste Mal in einem Restaurant sind und da kommt wieder ein Inder an und sagt, ah, wolle Rose kaufen, kann das vielleicht auch Fleisch sein? Schauen Sie genau hin. Wo ist denn das Kotelett, meine Herren? Hier an der Seite. Ach, noch gar nicht. Noch gar nicht. Nö. Ich mach mal kurz einen Kotelett-Vergleich. Wir schauen mal. Okay. Oh, hier. Ja. Männer, da muss noch was kommen. Hier schön die Schüttelbrotkruste. Das sieht gut aus. Wieder gute Tankstelle, ne? Ja, das Kotelett paniert. Was hast du? Hier, Männer, ne? Was? Nicht schwächeln, ne? Nein, nein, nein. Alles gut, oder was? Alles gut. Alles klar. Wollen wir einmal durchgehen. Vorspeise. Ist ja schon die Steckrübe-Soße fertig. Die ist jetzt gerade fertig. Ich muss die jetzt nochmal abschmengen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel beim Salz reingelangt. Das Ding da, oder was? Das Ding, genau. Es wird einfach nur... Vielleicht kommt noch ein Klecks Sahne. Okay. Das muss man einfach jetzt nochmal von der Struktur. Ja. Von der Struktur, ja. Von der Konsistenz. Das brauchen wir. Also ich habe noch Thymian, das sollte auf jeden Fall... Nö, Salz ist nicht zu viel. Es ist ein bisschen säuerlich. Ja. An der einen oder anderen Ecke. Bisschen Zucker kann ran, finde ich. Bisschen Zucker. Vielleicht, was gibt es denn noch dazu? Es gibt ja den Heilwut, ne? Es gibt den Heilwut, genau. Ein bisschen Thymian kommt noch ran. Ja. Es ist sehr kräftig, weil es extrem eingekocht ist, ne? Eine Schuss Sahne, ne? Eine Schuss Sahne einfach noch. Weil das Femm feckt die Aromen so ein bisschen auf und überdeckt das Ganze, dieses kräftige. Ja. Das wird gut passen. Ein bisschen Thymian Ernst. Aber ich muss sagen, die Idee ist Bombe. Also die ist sehr schwer. Finde ich schön. Jetzt ist es soweit. Wir geben die Sahne zu der Suppe. Lassen die noch einmal mit aufkochen. Und dann mixen wir das Ganze. Zwischendurch kümmern wir uns jetzt um den Heilwut. Oh nein. Ich habe gesagt, hier muss Ordnung herrschen. Und das wird auch so bleiben. Kleinen Augenblick. Schalten Sie nicht weg. Bleiben Sie dran. Ich bin ein Beispiel für junge Leute. Ich muss da ab sofort zumindest für diese Sendung so sein. Kommen wir zur Birne. Dafür brauchen wir einen Sparschäler. Und wenn man keinen hat, lässt man die Schale einfach dran. Und zwar, so. Da wir das Ganze mixen, ist es auch relativ wurscht. Die Birne jetzt hier. Relativ dünn runterschneiden. Genau. Das reicht. Den Rest werde ich natürlich nach der Sendung essen. Nicht, dass ich denke, das kommt weg. Jetzt in die kochende Sahne die Birne geben. Das ist ungefähr vielleicht so eine knappe halbe Minute mitkochen. Länger nicht. Die Frucht muss einfach nur heiß werden, dass sie sich mixen lässt. Und dann hat man dieses schön frische Aroma. Und dann haben wir jetzt hier diesen geräucherten Heilwut. Den kann man, wenn man möchte, wie unsere Jungs, in den Ofen geben. Auch mit Flüssigkeit, dass es nicht ganz so geräuchert schmeckt. Ich habe das ganz gerne, dass es ein bisschen würzig ist. Deswegen ziehen wir das hier einfach nur raus. Geben das direkt in den Teller. Und dann, wenn die heiße Suppe auf den Heilwut kommt, dann entfaltet der erst sein ganzes Aroma. Weil wenn der so 40, 50 Grad hat, oder sagen wir mal 35, 40, dann wird der Bräucherfisch richtig aromatisch. Also, da haben wir es. Jetzt wird gemixt. Können Sie mit dem Standmixer machen oder wie ich hier mit dem Stabmixer. Richtig schön fein pürieren. Und jetzt gibt es jetzt zwei Versionen davon. Man kann das Ganze nochmal passieren durch ein Sieb. Wenn man es etwas feiler haben möchte, oder wenn man es ein bisschen eintopfmäßiger haben will, dann lässt man das Ganze so. Wichtig ist jetzt nur, schön mixen das Ganze. So. Das reicht schon. Was jetzt passiert ist, ich habe erstmal die Grete vom Heilwut im Mund. So, weg ist sie. Ich habe bei der Suppe sie am Anfang zu stark kochen lassen. Dadurch ist der ganze Fond verflogen. Und man sieht, sie ist jetzt ein bisschen dicker geworden. Das kann man aber ändern. Wenn man jetzt tatsächlich sagt, gut, wir geben das Ganze durch ein Sieb. So. Einfach hier drauf. Dass die dicken Stücke raus passiert werden. So, sehen Sie hier unten. Da sieht die ganze Geschichte schon ganz anders aus. Jetzt schmecken wir das Ganze ein bisschen ab. Mit Salz. Und Pfeffer. Dann einen ganz kleinen Hauch. Getrocknete Chili. Nur eine kleine Umdrehung. Die Suppe noch einmal anmixen. Dann das Ganze mit einer Schöpfkelle auf den Teller geben. So. Zack. Dann wird das Ganze verziert. Mit ein wenig Dill. Das passt gut zu dem Heilwut. Auch gut zur Birne. Ein Zweig für die Zierde. Den Rest fein geschnitten. Leckere Steckrüben-Birdensuppe. So schnell kann's gehen. Applaus Wir nähern uns mit großen Schritten am Ende der Sendung. Deswegen kommen wir zur letzten Quizfrage. Die Frauen hätten gerne eine Vanilleschote. Die Männer wollen noch mehr Speck. Hier ist unsere vierte und letzte Quizfrage. Wie viel Kilogramm Brot kauft jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr? Brot kauft ihr? Genau. Das Ganze müsst ihr aufschreiben. Auf unsere Tafel. Hier. Das ist kein iPad. Da muss man aufschreiben. 40? Ja. Ja. Wie viel Kilogramm Brot kauft jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr? Die Männer sagen 40 Kilo. Die Frauen sagen 500 Gramm. Ach, das heißt aber Gramm. Wollt ihr 500 Kilo sagen oder 500 Gramm? Kilo. 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 Entschuldigung. Wir kaufen also pro Tag über ein Kilo Brot. Meine Herren. Richtiges. 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 75 Kilo. Damit die Männer. Ja. Danke. Noch mehr. Ich hab's vergessen einzuschnitten. Oha. Das hier ja, Männer. Kein Scheiß bauen. Siehst du, wälzt sich jetzt, ne? Ja, ich hab's vergessen einzuschneiden. Ja. Hier, Trick siehst du, ne? Andere Pfanne drauf. Weiß Bescheid. Sehr gut. Danke dir. Oh, die Schüttelbrotknödel. Die sehen aber gut aus. Danke dir. Hier kannst du probieren. Kann ich probieren? Irgendwo da vorne liegt der da. Da vorne liegt der. Wollen wir probieren? Sag doch mal ganz schnell. Schüttelbrot eingeweiht? In ein Ei, genau. Ja. Und ich sag schnell Salz, Pfeffer. Einfach abgeschmeckt. Also grob. Ich hab's noch nicht probiert. Ich hoffe, die haben ja auch so ein bisschen Eingeschmack. Ja, ist lecker auch. Der Kümmel, der da drin ist und so. Kommt gut. Sehr gut. Sehr gut. Fein, fein. Ich suche den roten Riesen. Ja. Zu groß oder zu klein? Ich klage für die Sahne. Ein bisschen kleiner vielleicht. Ich klage für die Sahne. Ich guck mal bei den Frauen drüben, ob wir einen Ring haben. Ist auch egal. Also wenn nicht, dann machst du einfach so eine Nopke an die Seite. Gucken wir mal hier. Ha! Scheitern den Ring. Oder? Willst du Christus hin? Da ist der Ring. 4 Minuten. 4 Minuten 0,9. Mädels, wie ist euer Gefühl? Ja. Ja. Wir haben's schon gemacht. Wie ist Geld? Ach doch so gut. Schön freundlich. Und fehlt der Dill. Das ist natürlich schade. Aber der Rösti ist schon mal schön. Der Rösti. Jetzt kommt der Heilbrot noch dazu. Ja. Und die Vinaigrette. Richtig? Oh, guck mal hier. Hier haben wir das Dessert. Der fühlt sich sehr, sehr fest an. Und unten ist er weich. Alles klar. Was ist das für eine Soße? Die ist aus Rotwein und Portwein einreduziert. Der hättest ihn mal kosten lassen. Schön. Der hättest ihn mal kosten lassen sollen. Nach den Henseler. Hier. Neun Löffel. Passt schon. Passt schon. So. Lecker. Schön süß. Mit der Birne. Der könnte natürlich ein bisschen Sahne vertragen, aber so ist gut. Das passt. Ja, ich hab keinen Spritzbeutel dabei. Ich hab keinen Spritzbeutel dabei. Ja, natürlich. Dann gucken wir mal. So Sahnedings kommt dann noch ran hier. Ja, aber wir haben keinen Spritzbeutel. Meine Damen, ich hab mal schnell gedreht. Oh, so Münze. Ihr richtet auf schwarz an. Ist schön. Ist schön? Ja, das freut mich doch. Wunderbar. Super. Was ist denn mit dem Schnitzel und der Beilage zum Schnitzel? Guck mal. So, hier einfach. Geht mal her. Ja, die ist nicht geglückt. Die ist ganz grausig. Wieso ist die ganz grausig? Ja, die ist so scharf geworden. Oh ja, die ist ganz grausig. Die ist ganz grausig. Okay, fang auf. Ganz ruhig. Kriegen wir hin. Die ist leider nicht. Was machst du anstatt? Rosenkohl hast du ja schon, oder? Rosenkohl habe ich. Fleisch habe ich. Und das sollte jetzt eine Rotwein. Was hältst du davon? Ihr hättet ja noch ein bisschen geschlagene Sahne übrig, oder? Wenn du einfach ein bisschen Senf runterrührst, wie so ein bisschen. Man isst ja ein Schnitzel auch mit Senf. Nicht da drunter. Das kannst du vergessen. Wollte gerade sagen. Du kannst ein bisschen Sahne mit Senf. Wie so eine Senfsahne. Wie so ein Tipp. Wäre eine Idee. Wäre eine Idee. Wirst du nicht, aber kannst du. Toll. Lassst du nur die Sahne. Lassst du nur die Sahne. Läuft. Ja, alles fein. Ihr seid noch weiß, Männer. Ihr seid noch weiß? Ihr seid noch weiß. Super. Okay, du. 4.000 Euro, ne? Was denkt ihr gerade? Denkt ihr Scheiße, hätten wir zwei mitgenommen, oder noch alles gut? Beide. Alles gut. Er wollte zwei mitnehmen, oder was? Er wollte zwei mitnehmen, ja. Und ich habe gesagt beides. Beides, oder was? Ich denke mir gerade beides. Okay. Guck mal hier. Die Birne, da die Sahne. Das sieht doch gut aus. So, wie filetiert denn jetzt hier richtig? Du kannst das auch bestimmen. Was willst du machen? Was willst du machen? Du willst du schmale Schrauben, ne? Bitte? Streifen schlecken. Kannst du eigentlich nur so abziehen. Du sollst einfach nur die Stückchen rausholen. So ein bisschen die Stückchen. Guck mal hier, nimmst du einen Löffel. Machst du so. Schau mal. Von der Grete, da passiert auch nichts. Das kriegst du hin. Eine Minute 50, Männer. Das ist Stress pur. So. Oh. Schon alles vorne, oder was? Was machst du denn? Schon alles vorne. Na ja gleich. Das nenne ich mal Organisation hier beim Doppelten B. Nicht schlecht. So, hau mal schön Senf rein. So. Gucken wir mal. Das fiel mir gerade selber erst ein. Wollen wir mal zusammen probieren, ob das auch gut ist. Gucken wir mal. Senf mit Sahne. Achso. Sag ich mal. Das würde ich schlecht. Super. Mal was anderes als purer Senf. Nur ein bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Ja. Und dann ist die Geschichte noch rund. Und das mit Rosenkohl? Was soll das denn heißen? Na ja. Ich weiße was, weiße was hier, ne? Bist du auch ne Berliner, oder was? Ja natürlich. Wo kommst du denn da her aus? Mit dir auch Mitte? Süden. Süden. Schönen Gruß nach Zossen. Nach Zossen? Ja. Mama. Hallo. Zossen. Da kommen die alten Zossen. Das ist so ein Ausdruck, oder? Ja, da kommen die her. 1500 irgendwas war da immer ein Pferdemarkt. Okay. Und das ist bis heute geblieben. Letzte Minute. Letzte Minute. Reißt, 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 reißt. Gut. Alles schön machen. Und ab nach vorne. Super bei euch. So Männer, alles muss schick sein. Für euch alles paletti? Alles gut. Männer auch? Alles da? Glückwunsch. Auch schon? Ein Traum. Ein Traum. Männer, es fehlt noch das Schild. Das Schild. Schnell. Entspannt. Entspannt. Ja, fünf, vier, drei, zwei, eins, vorbei. Starkes Finish, muss ich sagen. Auf beiden Seiten. Also rechtzeitig angerichtet. Wie ist das Gefühl, meine Herren? Besser als die Shows davor. Definitiv. Also heute sind wir en Pond. Wenn es noch schmeckt, wäre es super. Okay. Das wäre nicht schlecht. Meine Damen, was nach dir? Ich weiß nicht, ob wir Ampor sind, aber das steht da auf dem Teller. Die haben auf vielen Höhe gegeben. Ja, das ist gut. Ja. Nochmal. Schnacker. Schnacker. So. Sie wissen ja, die Zutelle des Tages ist Schüttelbrot. Und bei diesem Mann, wenn der morgens sein Brot ist, das schüttelt auch. Nicht vom Alkohol, weil er so alt ist. Hier ist Frank. Shake it. Tom und Rosi. Moin. Hallo. 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 Ich bin noch so eben draufgekommen. Hi. Tag zusammen. Hallo, Steffen. Frank. Du hast recht, ich bin noch so eben noch auf den Sitz hier draufgekommen. So eben noch. Ich glaube, das liegt eher an der Windel, die du anlässt, weil du schon in die Hosen warst. Ja, ja, ja. Ich muss deine gebrauchten immer auftragen, weißt du. Du armer. Ja, ja. Fangen wir mal an, Vorspeise. Wir haben Steckrübenspaghettini mit Aioli und Halbut und wir haben Steckrübenrösti an Halbut mit Dill-Vinaigrette. Damit fange ich an. Steckrübenrösti. Das ist eine sehr schöne Idee. Mal gespannt, wie die Konsistenz des Röstis ist. Kann man hier drin erkennen. Innen noch ein bisschen roh. Das ist vielleicht nicht so gut zu erkennen, aber hier ist leicht etwas gelber. Außen so eine krosse Anmutung. Aber von innen ein bisschen latschig und ein bisschen teigig. Dann haben wir hier den Halbut. Du oder der Rösti? Spritter. Was? Mensch, 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 Mensch. Also fachlich gesehen wärst du ja eigentlich mein Sklave, ne? Tja, das ist die Theorie. Die Praxis sieht leider anders aus. Genau, genau. Brauchen wir nicht eigentlich deine Sklave. Müssen wir doch herausfinden. Aber das machen wir ja. 21. 21. Februar kriegst du die Pflege 3.0 reingedrückt. Batsch! Und dann haben wir hier eine Dill-Vinaigrette. Schön, ja, sämpfig, Olivenöl, aber eben kein Dill da. Kein Dill da. Kein Dill da. Echt nicht? Kein Dill da. Sagt man nicht das? Kein Dill da? Dill da. Ja. Also, wie soll ich sagen? Der Halbut schmeckt sehr gut, da können die Kandidaten nichts für. Und die sind schön kross hier, ja, aber von innen ein bisschen teigig. Vinaigrette gut, ohne Dill. Dennoch haben die Kandidaten sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wollen wir mal gucken, wie es bei den nächsten ist. Steckrüben-Spaghetti. Ich mach's mal wie der Italiener. Nimm natürlich keinen Löffel. Ja, man denkt ja immer, bei Spaghetti muss man einen Löffel eindecken. Ist nicht so. Der Italiener kratzt sich das zur Seite. Und das ist auch das einzige Gericht, was man laut Knigge auch schlürfen darf. Aber so. Dass du das Wort Knigge in den Mund nimmst, dass ich das noch erleben darf, Frank. Steckrüben-Spaghetti mit Aioli und Halbut. Die Spaghetti sind gut gekocht. Dann haben sie hier die Aioli. Ich hätte die Aioli extra gegeben, die Spaghetti mit den Steckrüben. Schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Für so ein sehr traditionelles Gemüse-Steckrübe ist das eine wirklich sehr innovative Idee. Halbut, wie gesagt, eine hervorragende Qualität. Kann der Kandidat nichts für. Und die Aioli hat richtig Zonder, also richtig Schmackofatz. Wenn ich jetzt noch zum Beispiel mit einem schönen Weißbrot entlang gehen würde oder so. Und kann man auch vielseitig behandeln. Also wie gesagt, nutzen, finde ich, ist eine gute Idee. Ein paar Ausnahmen hier. Wie gesagt, Aioli extra und tralala und so. Aber gut gemacht. Hier haben wir ja auch ein paar Makel. Dill nicht da. Von daher weiß ganz klar einen vor. So. Was ist denn das hier? Ein Stück von einer Korthose oder was? Nee. Nee, von deinem Bruder. Ja. Haben keinen, wüsste ich nur. Also, Rosenkohl, Steffens Lieblingsgemüse. Schweinekotelett in einer Schüttelbrotkruste. Na, das ist ja mal eine Idee, ne? So, dann schneide ich das Kotelett mal an. Jetzt guck dir das mal hier an. Rosa, rosa, rosa. Also, das ist so hervorragend. Ähm. Ich frage mich. Ich frage mich, wie haben die Kandidaten das durch die Kruste gesehen, dass das rosa ist? Das ist ja echt eine Kunst, oder? Ja, das ist, äh, Frank ist die Blaute, die kann kochen. Mhm. Die Kruste ist sehr gut. Dann haben wir hier, was ist das hier? Mhm. Mhm. Steht nicht drauf. An so einem Senfdip, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Ein bisschen sahnig. Mhm. Aber nicht schlecht. Und dann der Rosenkohl. Ist ordentlich gemacht. Ordentlich gemacht, aber schmeckt so ein bisschen nach so, muss ich jetzt hier sein? Ja, muss ich das jetzt kochen? Also, Kotelett, gute Idee. Senfsahnedip auch. So was kann man mal machen, finde ich gar nicht schlecht. Äh, Rosenkohl, naja, da hätte man also, ne, da kann man nämlich punkten mit. Also von daher, gucken wir gleich mal. Applaus Schweine-Kotelett mit Rotweinsoße, Rosenkohle und Schüttelbrotknödel. Schüttelbrotknödel. Jetzt zieht ihr das mal einer rein. Also, wenn sie die jetzt nicht mit der Soße übergossen hätten, wäre ich aufgestanden und hätte applaudiert. Aber, leider ist jetzt, steht das hier schon voll Soße und so, aber die Idee ist wirklich ein Applaus wert. Also das ist wirklich ne gute Idee. Geschmacklich ist das wunderbar. Auch der Kümmel kommt leicht durch. Also, ne schöne Alternative. Aber mir sind sie zu fest, mir sind sie zu hart. Und wenn ich eine Scheibe esse, bin ich satt. Das muss man auch mit einem berechnen, ja. Das ist auch ganz wichtig. So, jetzt probier ich mal die Soße. Mhm. 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 Und dann hier Rosenkohl, Gemüse, nur die Blätter. Mhm. Ist auch eine sehr schöne Idee. Ein bisschen mehr Würze hätte das Ganze gebrauchen können. Und ich finde den Schinken hier einen Tick zu grob. Weil wenn man das zusammen isst, schmeckt man nur noch Schinken. Und viel zu wenig Rosenkohl. Aber auch die Idee hier, ganz ganz großartig, man muss einfach mal sehen. 45 Minuten, das ist auch knapp. Das werden wir beide am 21. auch sehen. Da wird uns wieder... Da werden wir schwitzen. Dann das Kotelett. So, das Kotelett als anders als drüben nicht paniert, sondern solo gebraten. Ähm, auch ein bisschen zu lange meiner Meinung nach. Gut Gewürz. Aber ich glaube, die Sendezeit reicht nicht, dass ich es zu Ende gekaut habe. Mhm. Boah, das ist zäh. Hey. Ja, hier wollte einer auf französischem Gedicht schreiben und konnte die Sprache nicht. Ich würde mal sagen, das überlege ich mir nochmal. Ich gebe... Ja, also Kinder, wir haben hier ein super hohes Niveau. Muss man einfach mal sagen, ja. Ideen sind spitze. Das ist schon wirklich toll hier. Ohne Zweifel. Nur, es muss auch gelingen. Orangen-Muffin an roter Weinbirne. Ihr wisst, ich finde es immer schön, wenn gebacken wird in der Sendung, weil das ist ein Schwierigkeitsfaktor. Da würde ich auch mal sagen, fettes Applauschen für. Applaus Und technisch gut gekocht hier. Die Rotweinbirne, weil der Fond schön einreduziert, schön saftig. Nur die Rotweinbirne ist natürlich keine Rotweinbirne, ja. Denn in der Kürze der Zeit kann man sowas gar nicht machen, außer man würde sich Birnenspalten machen und die in Rotwein garen. Man kann hier sehen, dass der Rotwein nur an die Außenhaut gekommen ist, des Fleisches, aber nicht in die Birne rein. Ich sag mal, der Wille, ganz großartig, Muffin, gut, locker, fluffig. Ja, ein bisschen Sahne dazu. Ähm, auch hier überlege ich nochmal. Applaus Schokokühlein mit Birne und Sahne. Applaus Die kann man sehr schön sehen. Da muss ich erstmal sagen, großes Lob. Das ist ein sehr ordentlich angerichtetes Dessert. Ein sehr ordentlich angerichteter Teller. Ein schönes Teller. Applaus So, hier. Kein Muffinteig, sondern mehr so ein Schokokühlein, innen ein bisschen feucht. Okay. Ja, also das ist so Muffin und Küchlein haben so dasselbe Niveau. Also backen konnten sie beide gut, muss man wirklich sagen. Dann hat man hier die Birne. Applaus Applaus Also die Birne. Ja, die ist gegart. Aber irgendwie so gegart worden, dass in der Flüssigkeit oder wo auch immer es gegart wurde, nicht so viel Geschmack drin war, dass die Birne Geschmack gewonnen hat. Ihr wurde Geschmack entzogen. Ja, von daher sie ist ein bisschen latschig. Dann haben wir dazu hier Sahne. Mhm. Also ich dachte es wäre ein Star Dessert, weil es hat auf jeden Fall schon mal so ausgesehen. Aber was hier vielleicht ein bisschen besser beim Backen war, ist hier bei der Birne auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, von daher gleitet das hier vom Niveau auf jeden Fall aus. Also hier würde ich schon mal sagen, Dessert beide gleich. Applaus Hauptgang entscheidet. Applaus Hauptgang entscheidet. Also hier haben wir den Hauptgang. Also hier haben wir Fleisch gut gebraten, gute Kruste mit dem Dip und der Rosenkohl. Ja, der war nicht wirklich so gut gemacht. Ja, schmeckte zwar, aber ging so. Hier Rosenkohlblätter, Spitzenidee. Ja, dann den Schinken. Auch eine sehr gute Idee mit den Klößen, aber auch zu fest. Und leider auch das Kotelett so fest. Von daher muss ich dem hier wirklich beim Hauptgang punkten. Und von daher haben wir an den Turn entschieden. Jawohl, beide haben gewonnen. Alles gut. Alles gut. Beide gewonnen. Glückwunsch. Sehr schön. So Männer, da wollen wir mal gucken. Kommt mal her. Ihr habt beide gewonnen. Guckt, das ist der Warenkorb für die nächste Sendung. Zehn Sekunden für euch. Dorade, Pimentos, Parmesan, Linse mit der hausgemachten Nudel. Aber Ladies first. Meine Damen, ihr habt 1000 Euro gewonnen. Wollt ihr am Freitag um 2000 Euro spielen? Nein. Nein? Wir gehen bitte nach Hause. Ihr nehmt 1000 Euro? Gut, das ist ein herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Doch. Aber jetzt die große Frage. Meine Herren, dieser Warenkorb könnte 10.000 Euro wert sein. Kann aber auch der Zonk werden. Hm. Wie sieht's aus? Gehen wir auf 10.000 oder nicht? Wochen los, würde ich sagen. Ja. Die Männer greifen an. Das bedeutet, morgen nicht, sondern erst Freitag sind wir wieder da. Mit den beiden Jungs 10.000 Euro. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Denken Sie daran, morgen fallen wir aus. Und wir sehen uns am Freitag zur 10.000 Euro-Sendung. Vielen Dank und bis Freitag. Gut, Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal.